Was machst du denn in der Sommerpause? Sommerpause, mit meiner Familie Zeit verbringen, mit meinen Freunden dann auch mal so ein bisschen an den See fahren oder sowas. Gerne ansonsten auch immer viel Training unter der Woche. Jetzt sind wir auch schon wieder auf dem Eis und haben Eistraining, dann im Kraftraum noch, also viel, viel Training auf jeden Fall. Und ansonsten den Sommer halt auch genießen, wie gesagt, auch mal fahren gehen. Eigentlich wollten wir auch mal in den Europapark fahren, aber das war jetzt auch schwieriger. Das werden wir wahrscheinlich noch nachholen. Ja, genau sowas. Mach Fußball und Eishockey. Machst du? Und was macht dir mehr Spaß? Eishockey. Ja, gute Antwort. Dann bei den White Rings sozusagen im Nachhub. Super. Möchtest du auch mal Profi werden? Ja. Welche Nummer hast du im Verein? Einfach mal drinnen und vorstehen, aber mein Trainer denkt immer, ich soll in den Stur. Hä? Du machst den Talks, ja? Ja. Okay. Aber mein Trainer wird reden und sagt immer zu mir Maschinen und deshalb soll ich immer ein Spiel. Wahrscheinlich, weil es vitorisch ist. Ja. Du kannst dich im Vorfeld werden, sozusagen. Vorfeld dich im Sturm. Ja. Wenn du in den Stadion darfst, schaust du dir dann auch die Spiele an von uns? Ja. Wir auch. Ohne euch ist es echt langweilig. So ein ganz leeres Stadion, das ist nicht schön. Da freut uns auch, wenn ihr so bald wieder ins Stadion könnt. Ja, aber wir haben euch zu Hause angestellt. Ja, das stimmt. Das haben wir auch immer mitbekommen. Und das wurde uns schon auch gesagt. Ja, wir haben uns sehr gefreut. Hast du auch eigene Kinder? Ich habe einen Sohn. Der wird jetzt ein Jahr alt bald. Der heißt Leon. Und der hält gerade seinen Mittagsschlaf. Der freut sich auch schon, wenn er mal ins Stadion darf. Was tust du am liebsten Essen? Am liebsten Essen? Hast du mich jetzt erwischt. Na ja, als Sportler muss man natürlich meistens gesund essen. Das ist schon so. Das merkst du dann bei der ganzen Anstrengung. Aber ich esse auch gerne mal Schnitzel oder wenn ich jetzt hier bin, Spätzle, Maultaschen. Sowas mag ich schon gerne. Und sonst gibt es viel Nudeln meistens. Weil es halt doch auch nach der Anstrengung ganz gut ist. Kohlenhydrate sozusagen. Dann gibt es auch mal Thunfischnudeln oder Nudeln mit Scambi oder irgendwie sowas. Aber auch meine Pizza natürlich ist natürlich auch wichtig. Ja, lecker. Isst du auch gerne Pizza? Ich mag sehr, sehr gerne Karotten. Karotten magst du sehr gerne? Dann hast du ja super Augen. Und was für eine Pizza gerne? Ein Stück Salami und ein Stück Margareta. Ah, okay. Schon lecker? Manchmal auch Hawaii. Oh, okay. Aber ohne einander. Ganz selten esse ich das auch mal. Und was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Also Löwen sind schon echt cool, muss ich sagen. Schwäne natürlich. Das ist ja ganz klar. Also unsere Katze ist schon echt süß. Aber generell Löwen, sowas Eisbären, das sind schon coole Tiere. Löwen habe ich auch mal gesehen, sogar in echt. Also außerhalb vom Zoo in Afrika. Das war auch coole Erfahrung. Ja, genau. Und du? Natürlich an Schwanen. Okay. Pferde. Ja. Und ich glaube, man hat Stirnzeichen ist glaube ich Schlange. Hi, zwei. Hi. Hi. Also wann hast du so mit Eishockey angefangen? Ich habe angefangen mit dreieinhalb Jahren. Und dann war ich das erste Mal am Flitzen gestanden. Mal von der Laubschule sozusagen. Und ich gehe mit Eishockey dann auch. Das dauert dann zumindest vier, fünf. Sowas dann. Warum sagst du die Rücknummer 91? Normal habe ich die 77. Aber die hat ja schon der Buffy. Deswegen musste ich mir eine andere Nummer überlegen. Und dadurch, dass ich im Jahr 91 oder 91 geboren bin, hat es dann eigentlich ganz gut gepasst. Und es waren ja schon viele Nummern auch unter dem Hallendorf, die vergeben sind. Deswegen sind halt auch nicht mehr so viele frei. Aber ja, jetzt habe ich die 91 und gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Wann bist du so vorm Spiel da? Also wie viel Zeit bist du da zwischen mich? Also meistens so 15 Stunden, müssen wir ja oder retten wir uns dann auch. Weil wir ja natürlich uns noch warm machen müssen. So eine Art Taktikbeschreckung machen, wie der Gegner spielt und so, dass wir da vorbereitet sind. Dann dauert natürlich das Anziehen auch ein bisschen länger, wie jetzt in anderen Sportlern. Und ja, deswegen verkehrt die Zeit dann auch relativ schnell. Aber dann ist ja das Warm-Up auf dem Eis auch noch. Es geht ja immer so 40 Minuten vor Spielwegen los. Genau. Dann hat man da so ein bisschen seine Rituale vorm Spiel. Also in der letzten Saison hast du ja Sturm und Verteidiger gespielt. Ob du das beides genannt hast oder? Hab ich was, sorry? Ob du Sturm und Verteidiger gespielt? Weil du ja in der letzten Saison Verteidiger gespielt hast. Ja, genau. Also ich habe auch Spielstags und wahrscheinlich werde ich das nächste Saison auch wieder machen. Weil ja, die Trainer werden mich dann da einsetzen und wo halt die Mannschaft nicht braucht. Ja, das Verteidiger-Spiel, weil ich ja eigentlich Stürmer bin. Aber es hat Spaß gemacht. Und ich kann mir das auch vorstellen, in Zukunft weiter Verteidiger zu spielen. Also bin da relativ offen für die Position. Und ja, das Spiel dann da, wo ich gebraucht werde. Wenn halt vielleicht mal einer ausfällt oder so. Was wir natürlich nicht hoffen. Aber ja, dann werde ich auch da einspringen, wo der Trainer dann sagt, dass ich spielen soll. Aber mir macht beides eigentlich sehr viel Spaß. Deswegen bin ich da nicht so, wo ich sage, ich muss jetzt nur Stürmer spielen oder ich will nur Stürmer spielen oder nur Verteidiger. Okay. Okay. Also was war bisher so dein größter Erfolg? Ich weiß nicht. Das Spiel auf jeden Fall. Es war eine große Ehre für Deutschland zu spielen. Ansonsten jetzt im Vereins-Eishockey haben wir mit den Starwoods Rosenheim in der dritten Liga damals den Titel geholt und sind aufgestiegen. Was ein super Jahr war für uns. Ja und sonst jetzt in der DEL haben wir mehrmals das Halbfinale erreicht. Was auch immer eine tolle Erfahrung war und tolle Spiele. Vor allem weil die Playoff-Spiele einfach nochmal anders sind als die normalen Saisonspiele. Von daher gab es schon ein paar coole Momente, auf die ich gerne zurückblicke. Okay. Also welcher Eishockey-Profi schätzt du dein Vorbild? Im Eishockey? Ja. Schwierig. Also früher war es Mario Lemieux, Sidney Crosby. Es gibt schon ein paar gute Spiele, auf die man aufschauen kann. Und wer ist das in der Kabine so neben dir? Letztes Jahr war der Venedig Brückner in mir gesessen. Und jetzt werde ich zwei neue Nachbarn haben. Die weiß ich aber noch nicht. Ich glaube einer wird der Alexander Karrafun sein. Und vielleicht der Peter Spornberger, der aus Freiburg kommt. Aber ganz genau weiß ich das noch nicht. Da werden die Plätze noch vergeben. Und hattest du eigentlich schon mal einen Faustkampf? Ja, ich habe tatsächlich einen Faustkampf jetzt nicht von mir gewollt unbedingt. Aber wenn es halt im Eishockey passiert, dann passiert es. Dann kommst du auch nicht mehr raus und musst dein Mann stehen. Ja, aber jetzt so einen klassischen, wie man es jetzt vielleicht aus der NHL kennt. Die dann noch davor in drei Minuten rumtänzeln und dann dich richtig verprügeln. Das war jetzt nicht so. Aber schon auch mit Handschuhen weg. Und ja, dann einfach nur gut Glück. Ja. 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 Ja.